Wir sind soeben gelandet und zwar in einer der weltbekanntesten Städte für großartige Unterhaltung. Wir sind hier gelandet auf dem Strip und damit meine ich jetzt gar nicht den Landestrip des Flughafens, sondern die Hauptmeile der Unterhaltung dieser Stadt, die auch The Strip heißt, nämlich der Las Vegas Boulevard. Und da sind wir in Las Vegas, Nevada und zwar aus einem wunderbaren Grund. Wir haben einen tollen Abend vor uns. Wir werden nämlich eine wunderbare Künstlerin sehen. Eine Künstlerin, die mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde, mit sehr vielen Grammys, um genau zu sein. Wir sehen heute Abend Adele live im Konzert im Caesars Palace hier in Las Vegas und wir sind sehr aufgeregt und vor allem auch sehr gespannt. Wenn man in Las Vegas aus dem Gate läuft, dann ist das allererste, was einen begrüßt, eine ganze Farm von Casino-Installationen, wo man also sofort sich beim Glücksspiel erhoffen kann, hier was zu gewinnen. Riesige Bildschirme und hier sitzen tatsächlich zahlreiche Menschen, die am Zocken sind, mitten am Flughafen. So, das war jetzt ein bisschen komplizierter, weil es erstmal gar keine Zimmer gab. Die Buchung ist nämlich nicht durchgekommen, aber nach längerem Recherchieren haben wir das jetzt geschafft. Und die Buchung ist da und das Zimmer auch. Wir stehen jetzt vor den Zimmern, die alle samt in diesem Hotel fünfstellige Zimmernummern haben. Diese Zimmernummer, die ich jetzt gerade betrete, ist die Zimmernummer 30.726. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie viele andere Leute hier noch so unterwegs sind. Wir sind ins Zimmer reingekommen. Wir sind natürlich auch relativ schnell wieder aus dem Zimmer draußen gewesen, um uns auf den Weg zum Konzert zu machen. Und auch auf diesem Weg, wo wir uns natürlich ein Taxi genommen haben, war das Thema Adele, denn die Taxifahrerin hatte sie schon gesehen. Ich habe absoluten liebte es. Und wir, ich habe das, und sie waren pretty penny. Ja. Aber totally worth es. Ah. Was die Erfahrung ist, weil es sich so ähnlich wie, die Stage und alles... So, was sie wird es, es wird sie und Erik, ihre Pianist, für ein paar Songs. Und dann, wenn sie singen, Ich Drink Wine, das ist wenn die Stage opens. Und, like, Rolling in the Deep, und, um, wenn wir jung waren, Und, um, da gibt es, like, Fetty und alles. Und, it's, like, it's, I won't remember, it's just freaking amazing. Und, she, it was kind of funny, cause, when she did Rolling in the Deep, she forgot the words. So, she had to start the song over. And she was like, girls, what's what? What's the lyrics? Jetzt ist es soweit. Wir stehen hier im Caesars Palace, in einem der eher grandiosen Hotelkomplexe hier in Las Vegas, auf dem Las Vegas Boulevard, auf dem Strip. Wir sind mittendrin. Es ist faktisch ein riesiges Casino, dieses Hotel. Und wir stehen jetzt am Fuße der Treppe und über uns hängen riesige Poster, Anzeigen für Weekends with Adele. Und die Leute sind wirklich irre, sehr unterschiedlich. Manche kommen hier im Abendkleid, im glitzernden Abendkleid, bodenlang, andere im Anzug, andere halbnackt. Und dann wunderbar Frauen in einem ausgefallenen Outfit, aus einer Mischung zwischen 50er Jahre, mit hohen Schuhen, bisschen einschlag, Drag-Queen-Style, mit Froschhandtasche. Also, das ist schon ein Erlebnis an sich, wenn man hier so steht und in der Schlange wartet, dass man reingelassen wird. Da schauen wir mal, wie das da drinnen jetzt aussieht. Jetzt sind wir drin, hier im Colosseum, im Caesars Palace. Der gesamte Saal ist mit rotem Samt ausgestattet. Und auch die Bühne ist fokusrot. Wir sehen ein großes A für Adele, die Bühne schmücken. Und in diesem A, was eigentlich die gesamte Bühnenhöhe ausmacht, steht ein wunderschöner weißer Flügel. Und that's it. Das ist aktuell das Bühnen-Setup. Und die Halle füllt sich. Hier passen gut 4000 Menschen, wenn ich mich nicht irre, rein. Und jetzt haben wir noch, oh, ich sehe, es ist 20 Uhr. Wir haben eigentlich gar keine Minuten mehr, bis es losgehen sollte. Aber Adele scheint sich heute an ihrem finalen Abend Zeit zu lassen. Miriam, wie ist die Stimmung? Also, ich glaube, gespannt. Ich finde das immer unheimlich schön, dass man hier in Amerika natürlich auch sofort mit allen Leuten ins Gespräch kommt, über das, was man so erwartet und wie wir alle dann wahrscheinlich awestruck sein werden. Hier sitzen natürlich die Fans, ist ja vollkommen klar. Und das Theater ist so gebaut, dass man wirklich von überall toll sehen kann. Wir sitzen relativ weit oben, haben aber einen richtig tollen Blick auf die Bühne. Ich kann sozusagen ins Klavier in den Flügel hineinschauen. und bin jetzt ganz gespannt, wann das erste Zeichen kommt, dass es irgendwann losgehen könnte. Ich kann sozusagen ins Klavier in den Flügel hineinschauen. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ich kann so Das ist nicht mega! Wir kriegen Wir sehen, wie es wir sind If all the world fell at our feet, there's such a difference Between us and the million miles Hello, it's me. Lea, das war ein ganz besonderes Erlebnis, diese Show. Und ja, wir haben wirklich einen Abend verbracht. Ich glaube, der verdient das Prädikat einzigartig. Und unvergesslich. Unvergesslich auch, ja. Die Atmosphäre, das Setting und man muss es einfach über sie sagen, diese Frau hat eine wirklich generationsdefinierende Stimme. Sie ist einer der besten Sängerinnen dieser Generation im Bereich Pop. Pop, die hat in einigen der Liedern an dem Abend wirklich Töne erreicht in einer Art und Weise. Das war unfassbar musikalisch. Finde ich auch. Ich mag die Musik auch wirklich gerne. Und ich muss jetzt gleich mal was zugeben. Ich bin ja eigentlich gar nicht so die Konzertgängerin. Also es gibt so bestimmte Ausnahmen. Brandy Carlisle habe ich mal gesehen. Die Rhythmics habe ich früher gesehen. Ich habe ein Michael Jackson Konzert mal gesehen. Aber es ist jetzt für mich eher nicht die Regelmäßigkeit. Aber dieser Abend war wirklich so, dass ich da fasziniert gesessen habe. Ich habe fast ein bisschen wie erstarrt da gesessen, weil ich mich so darauf konzentriert habe, diese Musik zu hören, diese Bühnenshow anzugucken und auch Adele zuzuhören. Dass ich wie versteinert fast war. Die Bühnenshow machte ja auch sehr viel aus. Wir haben eben beschrieben, dass zu Beginn das Setup sehr simpel war. Ein riesiges rotes A, aus dem sie dann auch hinaus schritt. Und eben dieser weiße Flügel. Im Laufe des Abends ist die Bühnenshow aber, man kann sagen, explodiert. Es gab Feuer auf der Bühne. Der Flügel brannte irgendwann. Es regnete, passenderweise bei dem Song Set Fire to the Rain. Es flog Konfetti. Es gab einfach wirklich viel an Produktion, was uns als Publikum auch einbezogen hat. Es war also nicht nur musikalisch, nicht nur singtechnisch echt beeindruckend, sondern auch als Production. Ich fand ja den einen Moment auch ganz besonders, als diese, ich weiß nicht wie viele, das waren hunderte von Lampjungs, so gelbe Lampjungs, aus der Decke runterschwebten und dann sich sozusagen in sich bewegten, sodass da so wie so Lichtwellen entstanden sind. Das war irgendwie auch ein wirklich sehr anrührender Moment. Und sie hat auch ganz viel Publikumsinteraktion ja eingebaut. Also sie ist beispielsweise, was so ein bisschen konterkariert hat, diesen ja rotsamt grandiosen Stil des Caesars Palace Hotels. Sie ist mit einer T-Shirt-Kanone durchs Publikum gegangen und hat also, weil sie wusste, dass viele, wie wir auch, sehr weit oben und sehr weit hinten saßen, hat sie ein signiertes T-Shirt in die Menge, nicht nur eins, sondern ich glaube sogar vier, in die Menge geschossen, damit man also irgendwie auch was davon hat, eben in den ganz oberen Rängen. Und man fühlte sich wie bei einem elaborierten Rosenmontagszug, wo es darum geht, die Kamelle zu fangen. So flippten die Leute hier also aus, um dieses T-Shirt zu fangen und haben sich darum geprügelt. Ich fand das auch übrigens sehr süß, weil es gab ja noch eine Aktion, die sie gemacht hat. Da hat sie ja gesagt, sie zieht immer aus einer Tombola einen Sitzplatz und die Person, die auf diesem Sitzplatz sitzt, darf dann runterkommen und in die erste Reihe. Das ist natürlich eine super süße Idee. Und dann zog sie also einen Sitzplatz und brüllte diese Zahl in dieses Theater, in dieses Kolosseum und niemand reagierte. Und sie guckte so nach oben, guckte und guckte und dann fingen die Leute an zu brüllen, it's empty. Also es war einer der vielleicht drei Sitze, die nicht besetzt waren. Und den hatte sie gezogen. Und darüber hat sie dann den Rest des Abends natürlich auch immer wieder Witze gemacht. Und sie ist auch durchs Publikum gegangen und hat einige, vor allem der jüngeren teilnehmenden Zuhörerinnen befragt. Und unter anderem war da ein junges Mädchen dabei, acht Jahre alt, die Adele dann fragte, was denn ihre schönste Kindheitserinnerung war. Und was für mich das Highlight an dieser ganzen Unterhaltung war, war der Name des Kindes, denn sie hieß Ada. Ja, das war, also es gibt wirklich ganz besondere Zufälle, die wir sehr schätzen. Ich fand auch die Mutter dieses Mädchens wahnsinnig süß. Die wurde ja auch von Adele dann gefragt und was ihre schönste Erinnerung sei. Und dann gab es eine Pause und dann sagte die Mutter, maybe right now. Sie war so total gefangen von dem Moment, dass sie sich davon gar nicht lösen konnte. Und Adele hat auch ja in den Zwischengesprächen zwischen all ihren Songs ein bisschen erklärt, warum sie diese Las Vegas Residency eigentlich jetzt gemacht hat. Sie war jetzt für 34 Shows in Las Vegas und das hat ihr ermöglicht, während der Woche zu Hause zu sein in Los Angeles. Anders als das bei so einer Welttournee von solchen Stars ja der Fall ist, denn da bist du monatelang auf Achse. Und sie hat relativ emotional beschrieben, wie sie in den letzten vier Jahren seit ihrer ja leider sehr öffentlichen Scheidung eben versucht hat, ihr Leben wieder in eine gewisse Routine zu bringen. Und deshalb für sie diese Residency ganz besonders war, weil es ihr erlaubt hat, auch zu Hause zu sein bei ihrem Kind und eben ihr Leben wieder ein bisschen, wie sie sagte, von Grunde auf wieder neu aufzustellen. Ich glaube, das hat mich nebst der wunderschönen Musik an dem Abend am meisten fasziniert, dass ich die Persönlichkeit dieser Künstlerin wirklich spannend finde. Denn auf der einen Seite ist die ja, wie die dann erzählt in ihrem Cockney-Akzent und so wirklich auch nicht ihre Herkunft verleugnend. Und dann hat sie auch gesagt, ich versuche es mal nicht zu fluchen heute Abend hier, weil ja auch Kinder im Raum sind. Ich versuche es nicht zu tun, heißt nicht, dass ich es nicht tue. Es hat dann auch nicht so gut geklappt. Es hat nicht so gut geklappt und auch das fand ich sehr sympathisch irgendwie. Und sie ist also so down to earth und klar und auch provozierend manchmal. Und auf der anderen Seite hat sie dann ja in dem Teil, den du gerade beschrieben hast, eigentlich auch sehr viel darüber gesprochen, wie sie unter Ängsten leidet, auch unter Auftrittsängsten. Und dass deshalb dieses Kolosseum, dieser sehr geschlossene Raum für sie wie so ein Zuhause geworden ist. Und dass das auch das Einzige ist, was sie im Moment tun kann, weil alles andere ihr zu unstetig, zu chaotisch und zu überfordernd ist. Und das fand ich, da hat sie geweint, als sie das erzählt hat. Das fand ich sehr bemerkenswert, dass so eine Künstlerin das auch öffentlich sagt. Sehr authentisch und auch verletzlich. Es war wirklich ein berührender Moment. Und dann kam natürlich die großartige Ansage, denn eigentlich war dieser Abend der letzte ihrer Residency. Das war sozusagen der The Final Concert. Und sie hat aber am Ende des Abends auch unter Tränen dann angesagt, dass sie es fortführen wird. Sie wird also noch ein paar Monate dranhängen. Um genau zu sein, möchte sie im Sommer die Show auch aufzeichnen. Denn ihr ist absolut bewusst, so sagte sie, dass sich nicht viele Menschen leisten können, wirklich eben bis nach Las Vegas zu fliegen, um sie zu sehen. Und deshalb möchte sie aufzeichnen, die gesamte Show für all die, die trotzdem eben in den Genuss der Produktion kommen wollen. Und dann bleibt sie bis Ende des Jahres dort und singt also weiter. Und das war natürlich dann auch so ziemlich das Announcement des Abends. Das ging dann auch direkt durch die Presse. Ja, und wir hatten das Vergnügen, sie zu sehen, weil wir sowieso beruflich in den USA unterwegs waren und dann sozusagen nur einen Zwischenstopp eingelegt haben. Und ich muss sagen, war einer der schönsten, die ich je gemacht habe. Lea, hast du inzwischen die Umstellung auf die Sommerzeit, wie sagt man, verschlafen, aufgearbeitet, psychologisch kompensiert? Aktuell habe ich so viel Jetlag in mir, dass ich die Sommerzeit kaum spüre, muss ich sagen. Wir sind ja noch gar nicht so lange wieder da aus den USA und mein Körper ist gefühlt gerade so auf drei Uhr nachts. Aber ähnlich wie ein Jetlag empfinde ich diese Umstellungen immer eher als körperlich zehrend, muss ich sagen. Ich spüre das schon immer und von daher auch jetzt gerade hänge ich eher noch in der Kurve. Ja, ich spüre das auch. Ich habe wirklich das Gefühl, es gibt eine Irritation der inneren Uhr. Wir haben ja schon mal über Schlaf gesprochen hier. Und natürlich gibt es den zirkadianen Rhythmus, nachdem der Körper in gewissen Regelmäßigkeiten idealerweise schläft. Und selbst diese eine Stunde, die macht irgendwas. Die macht mich so manchmal so ein bisschen grumpy, so ein bisschen schlecht gelaunt. Ich schlafe schlechter. Ich habe auch das Gefühl, ich habe eine gestörte Wahrnehmung, wann ich Hunger habe dann. Wie beim Jetlag eigentlich. Nicht ganz so stark, aber man merkt das ganz deutlich. Und ich hatte lustigerweise jetzt, als wir aus den USA zurückgekommen sind, habe ich gedacht, plötzlich so, als ich abends so in meiner Küche rumwuselte, ach, jetzt habe ich noch ganz viel Zeit, bis ich dann festgestellt habe, dass die einzige nicht automatisch umstellende Uhr bei mir an meinem Herd ist. Und da hatte ich drauf geguckt und die war halt noch in der alten Zeit. So bleibt man dann manchmal drin stecken. Ich kann mir auch oder konnte mir früher ganz oft nicht merken, wann geht es jetzt nochmal vor und zurück. Da hilft mir immer so ein englisches Sprichwort. Das heißt Spring Forward, Fall Back. Übersetzt also nach vorne springen, zurückfallen oder aber auch, denn Spring und Fall heißt ja auch Frühling und Herbst oder auch im Frühling geht es nach vorne und im Herbst dann zurück. Das hilft mir immer so ein bisschen, weil ansonsten weiß ich sowieso fast nie, was die Uhr irgendwie sagt oder wann sie umgestellt werden muss. Aber das ist eine schöne Hilfe, weil ich kenne nicht nur mich selbst, sondern auch ganz viele andere, die damit Probleme haben und sich immer ganz doll konzentrieren müssen, um rauszufinden, wird jetzt vor- oder zurückgestellt. Was uns schon mal einen Hinweis darauf gibt, dass das irgendwie unnatürlich ist, wenn wir mit der Zeit so herum machen. Das sollte man vielleicht nicht. Ich bin mal in New York gewesen zur Zeitumstellung in einem ganz, ganz coolen Hotel und weiß noch, wie ich auch einen langen Abend hatte. Und dann bin ich in den Aufzug gestiegen am nächsten Morgen. Und in dem Aufzug war ein Schild an die Wand geklebt. Und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt wirklich sehr hilfreich, weil ich hätte es vergessen gehabt. Und wir möchten uns diesen Shift der Zeit heute mal ein bisschen genauer angucken, weil der hat eine ganz interessante Geschichte. Der ist ja auch durchaus sehr umstritten, auch heute noch. Es gibt sehr viele starke Meinungen und Gefühle zur Sommerzeit und zur generellen Zeitumstellung. Und der hat eben auch eine bewegte Geschichte. Denn, das wusste ich zuvor auch nicht, es wurde schon sehr oft diese Zeitumstellung eingeführt und auch wieder abgeschafft. Und es gab also schon nicht nur Zeitwechsel, sondern eben auch Zeitenwenden, was überhaupt die Akzeptanz dieser Zeitumstellung angeht. Das ist also Zeitpolitik, die wir hier gerade heute diskutieren. Und es gibt durchaus natürlich ein paar Gründe, die dazu geführt haben, dass man die Sommerzeit sich überhaupt ausgedacht hat und sie immer wieder eingeführt hat. Im Wesentlichen geht es natürlich darum, können wir Energie sparen, dadurch, dass man die Lichtzeiten im Tagesverlauf von 24 Stunden verschiebt, sodass also weniger künstliches Licht gebraucht wird, dass mehr Tageslicht für Freizeitaktivitäten, fürs Draußensein vorhanden ist, nach der Arbeit im Winter, wo man im Grunde genommen ja arbeiten geht, während es noch dunkel ist und nach Hause kommt, wenn es schon wieder dunkel ist und dann die Menschen im Sommer das eben auch brauchen, im Frühjahr und im Sommer, dann mal mehr Tageslicht zu bekommen. Das war auch so ein Gedanke. Und ja, angeblich gibt es auch weniger Zugunglücke zum Beispiel, da Züge länger bei Tageslicht fahren können, wenn die Sommerzeit eingeführt ist. Das sind so ein paar Argumente, die man immer wieder lesen und hören kann für diese Umstellung. Man versucht also eigentlich den Tag der Menschen zu shiften, weil eben die Lichtsituation sich verändert in den Jahreszeiten. Also man versucht sich eigentlich dem anzugleichen. Und der historische Ursprung, der wird ganz oft fälschlicherweise Benjamin Franklin zugeschrieben, dem amerikanischen Politiker, der aber tatsächlich 1784 einfach nur einen satirischen Text über das Pariser Nachtleben geschrieben hat, der ihn dann also damit in Verbindung gebracht hat. Und im Prinzip sagte Franklin damals, würden die faulen Pariserinnen und Pariser nur einmal vor zwölf Uhr aufstehen, dann würden sie auch merken, dass es vor zwölf schon hell ist. Und dann könnte man Licht und Kerzen sparen, wenn man früh aufsteht und eben auch früh ins Bett geht. Das war wohl so ein bisschen ein pikanter Kommentar von Franklin, der seitdem dann, wie gesagt, fälschlicherweise ihn in Verbindung mit der Sommerzeit gebracht hat. Wobei der Kommentar sehr lustig ist und durchaus auch zutreffend. Auch heute noch. Für gewisse Menschen in Paris, wenn ich mir so denke. Und in Berlin und Düsseldorf und London und New York. Das ist, glaube ich, weltweit ein Phänomen. Ja, aber es gibt dann tatsächlich ein paar sehr konkrete Überlegungen, die Ende des 19. Jahrhunderts angefangen haben. Einer, der sich damit befasst hat, ist der Brite George Hudson, der ein Insektenforscher war. Und der hat 1898 gesagt, wir sollten eine Sommerzeit einführen mit zweistündiger Differenz zur Winternormalzeit sogar, weil das eben für den Menschen besser ist. Und dann gab es noch einen Briten, nämlich William Willett, der 1907 vorgeschlagen hat, in einem Buch The Waste of Daylight, die Verschwendung des Tageslichts, eine Sommerzeit einzuführen. Und das finde ich jetzt wirklich sehr charmant, weil er hat gesagt, die Menschen sind ja so ein bisschen empfindlich, da können wir nicht einfach mal eine Stunde oder zwei vor- oder zurückstellen, sondern wir machen das mit 20-minütigen Zeitumstellungen an mehreren aufeinanderfolgenden Sonntagen. Das könnte auch von einem Deutschen sein. Schön bürokratisch, so kompliziert, wie es nur geht. Lass uns dazu eine Excel-Tabelle erstellen, mit der wir das alles aufführen können oder einen Algorithmus schreiben. Und nach den vier Sonntagen, an denen jeweils um 20 Minuten umgestellt worden ist, haben wir erstens eine Stunde 20 umgestellt. Und das ist ein bisschen krumm und schief, würde ich sagen. Und außerdem sind alle komplett verwirrt. Das ist also ganz gut, dass das, was Willett da vorgeschlagen hat, dann vielleicht nicht Realität geworden ist. Aber tatsächlich umgesetzt wurde die Sommerzeit dann während des Ersten Weltkriegs. Da ging es dann, wie du eben schon erwähnt hast, um die Energiesparmaßnahmen, weil damals wirklich gesagt wurde, wir sparen künstlich kreiertes Licht. Und das war während Kriegszeiten wichtig. Deshalb kam 1916 zuerst im Deutschen Reich und Österreich-Ungarn und kurz darauf dann auch in einigen anderen europäischen Ländern die Sommerzeit und 1918 dann auch in den USA. Aber das hat sofort zu Protesten geführt. Das hat sofort eine riesige Debatte ausgelöst. Ja, weil eben viele Menschen das Gefühl hatten, dass ihr Rhythmus gestört ist. Und gerade die Landwirte in vielen Ländern, in den USA, in England, haben angefangen zu protestieren, weil sie gesagt haben, unsere Kühe können das nicht vertragen. Die flippen gerade aus. Denn Milchkühe brauchen tatsächlich wohl eine Woche, um sich auf die neuen Melkzeiten einzustellen. Und solange sie nicht darauf eingestellt sind, geben sie einfach weniger Milch. Siehe da, Kühe nutzen also keine Uhren. Das ist faszinierend. Das hat vorher niemand bedacht. Es gibt also wirklich natürliche Zyklen, die sich selbstverständlich nicht an unserer ja menschlich erfundenen Zeit und auch künstlich konstruierten Zeit orientieren. Und wie sollte man es sich anders vorstellen können? Natürlich war auch die Sommerzeit dann kurzerhand ganz schnell ein hochpolitisches Thema, was sozusagen umstritten war, auch in der Abstimmung zwischen verschiedenen Staaten. Und das kann man schon an einem Beispiel zeigen, als es noch die DDR gab. Nämlich 1980 wurde in der Bundesrepublik Deutschland die Einführung der Sommerzeit beschlossen. Auch in anderen europäischen Ländern gab es die schon. Aber erst mal hat die DDR gesagt, nö, 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 das machen wir erst mal nicht mit. Und dann, später sind sie doch dazugekommen und haben sich daran beteiligt. Und wenn wir nochmal einen Blick auch auf andere Motivationen werfen, warum diese Zeitumstellung sinnvoll sein kann, schauen wir einmal in den Libanon. Denn normalerweise beginnt auch dort die Sommerzeit immer am letzten Sonntag im März. Aber kürzlich hat die libanesische Regierung verkündet, in diesem Jahr beginne sie erst am 21. April. Und laut der Nachrichtenagentur Associated Press ist der Beweggrund, dass die Muslime im Land während des Fastenmonats Ramadan dann nicht so lange auf das Abendessen warten müssen. Denn gläubige Muslime dürfen ja im Ramadan erst nach Sonnenuntergang essen. Das heißt, es macht da kulinarisch gesehen einen dezidierten Unterschied. Und das Lustige ist, dass Sie das jetzt, diese Rücknahme der eigentlichen Sommerzeit, haben Sie jetzt auch wieder zurückgenommen, habe ich gerade gelesen. Weil an dem Tag nach dieser Entscheidung der Vertragung keiner mehr wusste, wann er zur Schule, zur Arbeit gehen musste. Das war ein totales Chaos. Und dann hat die Regierung festgestellt, das war jetzt keine so gute Idee. Machen wir es doch so, wie alle anderen es auch machen. Und jetzt kommt noch eine Komplikation dazu. Wir haben ja jetzt schon mehrmals gesagt, ein großes Argument sei die Energieeinsparung. Und tatsächlich ist es mittlerweile so, dass wir ja nicht mehr nur künstliches Licht nutzen, wenn es eben draußen dunkel ist, sondern leider auch, wenn es hell ist, wenn es dunkel ist, an zig anderen Geräten hängen. Also sprich, viel mehr Elektrizität auch noch mit anderen Tools, Technologien verwenden, als jetzt nur das künstliche Licht im Zimmer zum Beispiel. Und das bedeutet, dass mittlerweile es einen so geringen Betrag an Energieeinsparung gibt, wenn wir uns beispielsweise den Stromverbrauch privater Haushalte in Deutschland angucken, dann reden wir hier von 0,78 Prozent des jährlichen Stromverbrauchs. Also wirklich unter einem Prozent. Das wäre also selbst bei einer Familie mit drei Kindern eine Ersparnis von 11 Euro im Jahr. Das heißt also, das eigentliche Argument der Energieersparnis trägt im Grunde mittlerweile nicht mehr in unserer hochmodernisierten, technologisierten Gesellschaft. Ja, und andererseits wissen wir eben, dass es eine Menge physiologische Nachteile gibt. Ob die jetzt tatsächlich objektiv da sind oder subjektiv empfunden werden, ist relativ egal, weil die Menschen sind beeinträchtigt. Durch Schlafstörungen, durch Müdigkeit, durch Reizbarkeit. Es gibt angeblich auch ein höheres Schlaganfallrisiko bei bestimmten Risikopatientinnen und Patienten. Und insofern ist das also ein weiteres Argument, dass man sagen kann, wir sollten das mal überlegen. Letzter interessanter Punkt noch, was Technologie angeht. Du hast es gerade schon angesprochen. Wir benutzen ganz viele Systeme und die geraten natürlich dadurch auch durcheinander. Das ist wie so ein Mini-Y2K-Problem, also wie so ein Mini-Millennium-Problem, was da auftaucht. Und so gibt es beispielsweise in neueren SAP-Systemen offenbar so etwas wie eine Zeitdehnung. Das fand ich sehr interessant, weil das wünscht man sich ja oft, dass man die Zeit dehnen könnte. SAP kann das, weil bei der Umstellung wird dann je nachdem die Zeit langsamer oder schneller laufen gelassen, damit ein Zeitsprung im System vermieden werden kann und die Software nicht durcheinander gerät. Vielleicht noch kurz für Kontext, falls jetzt irgendjemand da draußen nicht weiß, was Y2K-Millennium-Bug bedeutet. Das war ja damals die angsterfüllte Annahme, dass zur Umstellung ins Millennium alle Computersysteme ausfallen würden, weil sie faktisch das Datum, also 2000, 2001, nicht mehr auslesen oder angeben könnten. Denn sie wurden natürlich alle mit 1900 noch was programmiert. Das war also die große Angst damals, dass am 31. Dezember um Mitternacht irgendwie alles implodieren oder sogar explodieren würde. Was dann aber nicht passiert ist. Spoiler-Alert. Spoiler-Alert, genau. Und bei der Zeitumstellung kann man jetzt sagen, wir haben eine Menge Gründe, es eigentlich zu lassen. Und deshalb hat die EU 2018 eine Umfrage gemacht und die EU-Bürgerinnen und Bürger gefragt, wie findet ihr das denn eigentlich? Und 84 Prozent der Menschen haben gesagt, wir wollen diese Zeitumstellung nicht mehr. Das ist mal sehr deutlich. Das ist sehr deutlich, was aber nicht dazu geführt hat, dass die EU auch sehr schnell mit diesem Thema dann umgegangen wäre. Sie hat nämlich, also das EU-Parlament genau genommen, hat dann beauftragt, eine Studie zur Bewertung der Sommerzeit vorzulegen. Also man muss erstmal zu allem einen Arbeitskreis gründen und eine Studie vorlegen. Und 2019 hat das EU-Parlament für die Abschaffung der Zeitumstellung gestimmt. Haben wir sie abgeschafft? Nein, wie ihr alle wisst, weil wir haben die Zeit ja gerade wieder umgestellt, weil da wieder so viel koordinativer Aufwand ist, dass wir sagen können, diese gewonnene Stunde haben wir schon tausende von Malen verloren, dafür, dass wir uns über sie Gedanken gemacht haben. Wir könnten doch immer in 20-minütigen Schritten versuchen, eine Ausstimmung jetzt genau in die Implementierungsphase zu bekommen. Also wir werden damit noch umgehen. Wir sehen, Zeit ist wertvoll. Zeit ist wertvoll und immer noch relativ. Und das Schöne an dem Thema, warum wir es jetzt auch mal einmal diskutieren wollten, ist nicht nur, dass wir alle diese Woche müde sind, sondern, dass die Sommerzeitumstellung oder die Zeitumstellung generell vielleicht so etwas ist, wie ein Stellvertreter für ganz andere Shifts, die es jetzt seit vielen, vielen Jahrzehnten in der Gesellschaft gibt. Das ist die Industrialisierung, als die ganze Debatte angefangen hat. Das ist die Energiekrise, mit der wir verschiedentlich zu tun gehabt haben. Ja, und jetzt haben wir so ein bisschen das Gefühl, vielleicht hat sich doch die Zeit von den energetischen Flüssen unserer Gesellschaft abgekoppelt. Denn wir haben ja eine Energiekrise. Wir erinnern an den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und trotzdem, wir wissen, es spart wenig, es spart fast nichts, aber wir bleiben einfach mal bei unserer Zeitumstellung. Und vielleicht haben wir nicht die Energiekrise im Zentrum, sondern wir haben eine institutionelle oder eine Gewohnheitskrise, die wir nicht überwinden können. Und deshalb stellen wir weiter die Uhren fröhlich oder nicht so fröhlich vor und zurück. Miriam, du hast heute ja wieder einen deiner wunderschönen Beanies an, eine schwarze Mütze, die dein Haar versteckt. Ahnst du eigentlich, wie viele Geheimnisse in dieser schwarzen Mütze versteckt sein können? Meinst du jetzt die Anzahl meiner Haare, die da drin sind? Die Anzahl deiner Haare und was alles an Informationen in jedem einzelnen Haar drinsteckt. Ich hätte meine Haare ja mal zählen können in der gewonnenen Stunde, die durch die Sommerzeit jetzt mehr Tageslicht vorhanden ist. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, darauf wolltest du auch gar nicht hinaus, sondern du wolltest darauf hinaus, dass man an Haaren natürlich über eine DNA-Analyse ganz viel sehen kann. Bekanntestes Beispiel ist Drogenmissbrauch, den man wunderbar an Haaren nachweisen kann. Bei mir natürlich nicht. In deinem Beanie auf keinen Fall, aber bei einer sehr bekannten Person, die schon lange, lange verstorben ist, die aber jetzt noch mal zu Furore geführt hat, denn sein Haar wurde viele Jahre nach seinem Ableben neu analysiert. Und was dabei rausgekommen ist, hat viele schockiert, zumindest überrascht. Es handelt sich um Ludwig van Beethoven, der im März 1827 verstarb, und zwar gequält von Bauchschmerzen. Die werden im weiteren Verlauf dieser Unterhaltung noch eine größere Rolle spielen, denn man hat sich immer gefragt, was ist denn eigentlich dran? Warum hatte der immer so viele Bauchschmerzen und gehört hat er auch nichts mehr? Also da gab es ja einiges zu untersuchen. Aber das war gar nicht die Motivation derjenigen, die an seiner Todesstadt sich einfanden und dann gesagt haben, können wir nicht eine Locke seines Haares bekommen? Das war eher so Devotionalienkult, glaube ich. Die wollten halt etwas haben, was sie an Beethoven erinnert hat. Ich muss gestehen, als ich das jetzt erfahren habe, gelesen habe, war ich echt erstmal ein bisschen schockiert, dass man jemanden im Sterben ernsthaft nach den Haaren fragt, denn es hieß ja auch, am Ende hätte der Arme von Beethoven kaum noch ein Haar am Kopf gehabt. Da waren viele, die was abgeschnitten haben. Wirklich, was manchen Menschen dann einfällt. Aber man muss sagen, jetzt führt es eben zu wirklich beeindruckender Forschung, denn es wurden in den letzten 100 Jahren schon viele Untersuchungen angestellt mit diesen diversen angeblichen Beethoven-Locken und sie haben zu viel Verwirrung geführt. Denn eine dieser Locken ist beschrieben im Buch Beethovens Hair von Russell Martin aus dem Jahr 2000. Und die damalige Untersuchung brachte hervor, dass Beethovens angebliches Haar eine hundertfache Anreicherung mit Blei enthielt. Und das führte damals zur Frage, war Ludwig van Beethoven also vergiftet worden? Da gab es ganz viel Spekulation. Wie kommt es zu solch einer Bleiüberlast in seinem Haar? Und könnte das eine Indikation sein, warum der arme Mann in seinen Zwanzigern schon eben sein Gehör verloren hat und dann letztendlich mit wahnsinnig starken Krämpfen und Bauchschmerzen gestorben ist? Genau, das wäre eine gute Erklärung gewesen. Es hätte eine Vergiftung sein können, also mit Fremdeinwirkung. Und es hätte auch einfach sein können, weil früher ja auch viele Rohre-Installationen doch noch etwas weniger umweltfreundlich waren als heute, dass er einfach irgendwie das falsche Wasser getrunken hat sein Leben lang. Aber das alles hat sich als nicht relevant herausgestellt. Denn als diese Haarlocke, um die es in dem Buch, was Lea gerade beschrieben hat, geht, 2007 auf DNA untersucht wurde, war das Ergebnis, das Haar stammte von einer Frau und damit dezidiert nicht von Ludwig van Beethoven. Und das ist ein riesiger Shift, denn diese DNA-Analyse war in den vorherigen Untersuchungen ja noch gar nicht möglich gewesen. Es war also eine technologische Entwicklung, die uns dann neue Einsichten in diese berühmte historische Person gebracht hat. Ludwig van Beethoven war nach unserem besten Wissen keine Frau. Daher war also das gesamte Buch und eben diese Haarlocke auch nicht von ihm. Und es startete daraufhin ein großer internationaler Forschungsaufwand, um eben tatsächliche Beethoven-Haare zu finden und diese dann neu zu analysieren und die DNA zu sequenzieren. Ja, und damit kommen wir zurück zu den Bauchschmerzen, die wir schon benannt haben. Denn es gab eine These, die auch Beethoven durchaus in ein bisschen schlechtes Licht gerückt hat. Und die hieß, es handelt sich um übermäßigen Alkoholgenuss. Die DNA-Analyse, die jetzt aber durchgeführt worden ist, gibt darauf überhaupt keine Hinweise. Dafür aber einen Hinweis auf eine genetische Disposition für Lebererkrankungen, also speziell für Hepatitis B. Und das ist eine Erklärung und eine Ehrenrettung für Beethoven. Und sehr spannend, dass man das heute noch rausfinden kann. Und noch dazu wurde damit dann auch klar, die Ursache seiner starken Bauchschmerzen waren nicht heute gängige Krankheiten wie Zöliakie oder ein Darmgeschwür oder ein Reizdarm. Das war alles schon angenommen worden. Vermutlich, so der heutige Forschungsstand, war auch hier die Hepatitis schuld. Und womöglich auch für seine frühbeginnende Schwerhörigkeit und seinen Gehörverlust. Aber tatsächlich kann man das nicht letztendlich wirklich klar beantworten. Aber es gab noch ein ganz spannendes Geheimnis, was hier auch gelüftet wurde. Eine leicht große Überraschung für alle Beethoven-faszinierten Fans. Ja, und da handelt es sich um ein dunkles Familiengeheimnis, was jetzt zutage gefördert worden ist. Die Forschergruppe fand nämlich, dass Beethoven nach der DNA aus seinen Haaren genetisch nicht mit anderen Mitgliedern seines Familienstamms verbunden war. Aha, da muss also jemand der Eltern eine Affäre gehabt haben. Und dann wurde der kleine Ludwig als Kuckuckskind einfach mal so in die Familie eingeschmuggelt und mit aufgezogen. Und das wusste damals niemand, durfte wahrscheinlich auch niemand wissen. Aber die DNA-Analyse hat es entzaubert, das Geheimnis. Und jetzt frage ich mich natürlich, dieser Shift der DNA-Analyse, was der uns eigentlich womöglich in der Zukunft auch noch über nicht nur unser Haar, sondern wirklich uns erzählen und erklären wird. Wir sehen das ja durchaus auch in anderen Bereichen. In der Kriminologie hat die DNA-Analyse zu einer absoluten Revolution der Nachverfolgung auch geführt. Und ich frage mich, ob wir irgendwann beispielsweise in der Lage sein werden, wirklich auch selbst zu Hause womöglich mit so kleinen Analysekits dann vielleicht auch Krankheiten vorherzusagen oder eben unsere eigene Disposition für gewisse Dinge vorherzusagen. Da kommt bestimmt noch einiges. Glaube ich auch. Ich meine, das beginnt ja auch. Also auch so Gensequenzierung und Genomanalytik, wie Unternehmen wie 23andMe im Silicon Valley das machen und so, das geht ja alles in diese Richtung. Und wir werden da sehr viel analysieren können. Und ich wollte jetzt eben erst sagen, na, wir müssen jetzt mal ganz schnell gucken. Also wenn man Geheimnisse über sich selbst behalten will, für sich selbst behalten will, dann muss man alle gesammelten Haare erst mal vernichten. Aber das hilft ja nichts. Sammelt du Haarlocken von dir irgendwo? Nein, aber ich meine, es gibt ja Menschen, das haben sie bei Beethoven ja auch gemacht, die Haarlocken sammeln als Erinnerung. Und die dann in ein Döschen packen. Und wenn die dann 100 Jahre später gefunden werden und dann mit noch viel wirkmächtigeren Analytik-Tools bearbeitet werden, dann wissen diese Menschen alles über uns in der Zukunft. Deshalb verlosen wir heute in dieser Folge zwei Locken, eine von Miriam, eine von mir. Nein. Unsere Haare gehören uns. Dein Kopf gehört dir. Unsere Haare gehören uns. Genau. Und wir würden uns einfach damit auseinandersetzen müssen, dass man per DNA-Analyse und vielen anderen Möglichkeiten in Zukunft auch über die Vergangenheit alles rekonstruieren kann. Lea, die Überraschung dieser Folge ist eine kleine Frage, wie immer. Und die lautet, gilt eigentlich das Moore'sche Gesetz noch? Und weißt du überhaupt, was es ist? Ich weiß Gott sei Dank, was es ist, denn es ist ja für Technologieinteressierte durchaus ein wichtiges Gesetz von Gordon Moore, der mal besagte, dass die Kapazität von Chips sich, jetzt muss ich es richtig hinbekommen, alle zwei Jahre verdoppelt. Also ganz konkret, dass sich die Transistoren auf den Mikroprozessoren von Chips alle zwei Jahre verdoppelt. Also im Prinzip hat er gesagt, dass sich die Computing Capacity exponentiell verstärken wird. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist Gordon Moore auch gerade kürzlich verstorben, richtig? Genau, deshalb bin ich darauf gekommen, weil er ja wirklich eine prägende Figur war in dieser ganzen Chip-Entwicklung, in der Technologieentwicklung. Moore war ja CEO von 1975 bis 1987 von Intel und danach auch noch President. Er hat eine Riesenstiftung mit seiner Frau gegründet und hat eigentlich durch dieses Moore'sche Gesetz, was du ganz richtig beschrieben hast, dazu beigetragen, dass man sehr viel Mut hatte, daran zu glauben, dass Technologieentwicklung ökonomisch machbar ist, dass sie integrativ ist, dass sie wirklich ganz exponentiell Fortschritte bringt. Aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Gilt das Gesetz noch? Gilt das Gesetz noch? Ich vermute, dass wir mittlerweile so weit fortentwickelt sind, dass das wohl möglich nicht mehr mit diesen Zahlen, also sprich alle zwei Jahre die Verdoppelung stimmt, sondern meine Schätzung wäre sogar, dass sich das mittlerweile verschnellt hat? Das ist gut beschrieben. Es ist auch, glaube ich, von ihm gar nicht so gemeint gewesen, dass das unbedingt auf diesen Zwei-Jahres-Zeitraum bezogen sein muss. Aber es gibt darüber einen ziemlichen Streit. Also der CEO von NVIDIA hat zum Beispiel gesagt, dass das Moore'sche Gesetz sei längst tot. Es ist schon ganz oft totgesagt worden. Es gibt auch die These, dass es etwa 2025 wirklich enden wird. und zwar mit der Begründung, dass irgendwann die Chips so klein sind, dass der Herstellungsaufwand so teuer wird, dann da noch mehr drauf unterzubringen oder dass es einfach auch logistisch nicht geht, da noch mehr Speicherkapazität drauf unterzubringen, dass dadurch das Gesetz sich dann erledigt hat. Aber faktisch ist es noch nicht so ganz klar und wir wissen einfach, dass wir in unserem Fortschritt ja schon so gut sind, dass wir es bisher immer noch geschafft haben, diese Steigerungsrate vielleicht nicht ganz so genau, aber auf die eine oder andere Weise wirklich bald zu behalten. Sehr spannend. So verändern sich Gesetze. Hoffentlich bald auch das Gesetz zur Sommerzeit, aber womöglich eben auch das Moore'sche Gesetz. Ja, und vielleicht noch ein Gedanke dabei. Intel ist wirklich ein Unternehmen gewesen, was sozusagen die industrielle, die computerbasierte industrielle Entwicklung Amerikas sehr geprägt hat, weil das Unternehmen durch diese Chipproduktion es geschafft hat, so Mitte der 80er Jahre den amerikanischen Unternehmen wieder den Lead zu geben in vielen industriellen Sektoren, die eben mit Data Processing und mit Chiptechnologie zusammenhängen. Und der war vorher in Japan gewesen. Und die Amerikaner haben es sich zurückgeholt, weil Intel eben unter Führung von Moore da wirklich was hingelegt hat, was bahnbrechend war. Und das hängt mit seinem Gesetz zusammen. In diesem Sinne RIP Gordon Moore. Das war sie wieder, eine neue Folge von Shift Happens. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und wir freuen uns wie immer über eure Reaktionen, euer Feedback und eure Kommentare im Shift Happens Club. Bis nächste Woche. Shift Happens .